Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer Arma News, einer Special Arma News. Heute geht es rund um das Nexus Update. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser kleinen News. Es geht heute um darum, was geht, was geht nicht und einfach einen Blick auf das Nexus Update, das rauskam. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Sind wir auch beim Nexus Update bereits angekommen und wir werden uns jetzt alles mal in Ruhe ansehen. Und zwar gibt es mit dem neuen Update, mit dem Nexus Update, jetzt endlich einiges an Neuerung. Dieses Update ist kostenlos und steht allen Update-Arma-Spielern zur Verfügung. Bietet natürlich auch Nachteile, besonders was jetzt natürlich die ganzen Mods angeht. Wer aber nur Vanilla spielt, kann hier eigentlich fast nur gewinnen. So geht es darum, dass Obohemideactive die Spectator-Camp eingeführt hat, unter anderem bei der ganzen Geschichte. Dass zwei neue Multiplayer-Scenarien hinzugefügt wurden. Und da ist natürlich einiges an Features hinzugekommen worden. So wurde die Soldier Protection hinzugefügt. Die Soldier Protection ist ein besseres Schadensmodell für alle Soldaten. So ist es nun auch möglich, an Westen vorbeizuschießen. Die Hitbox ist also ziemlich präzise. Und also alles das Schadensmodell der Soldaten ist jetzt noch deutlich realistischer. Dann gibt es das neue Ausdauersystem. Das Ausdauersystem ist so, wie es aktuell ist, etwas casual-wesig geworden. Beim normalen Marsch-Marsch, also quasi beim normalen Trappen, beim Joggen, sozusagen geht die Ausdauer jetzt ohne Mods, ich betone ohne Mods, deutlich langsamer zugrunde. Beziehungsweise sie sinkt langsamer. Und damit könnte man böse Zungen behaupten, dass das ganze System jetzt deutlich, dass es casual-alike gemacht wurde. Die Frage ist denn, macht das jetzt eine große Rolle? Ein Ausdauersoldat sollte sowieso trainiert sein. Und beim normalen Marsch-Marsch sollte er sowieso nicht so schnell außer Atem sein. Außerdem wurde das Audio-Modell der Waffen hinzugefügt, beziehungsweise die ersten Waffen wurden bearbeitet vom Audio-Modell. Die klingen jetzt nun deutlich realistischer, mit etwas Wumms dahinter. Außerdem gibt es System-Optimizations, also quasi das Multiplayer und die Performance im Multiplayer. Und aber auch in die Sicherheit im Multiplayer wurde gearbeitet. So ist es jetzt zum Beispiel einfach sicherer für Serverhost, soll es sein. Dann gibt es noch weitere Informationen, wie zum Beispiel, dass der Untergranatenwerfer jetzt eine Animation hat. Das sind so Kleinigkeiten, die jetzt hinzugefügt wurden. Und außerdem sollen jetzt besser Mods gelöscht werden können aus den Launcher und hinzugefügt wurden. Auch da sollten es neue Informationen geben. Das sind viele, viele Dinge, die vor allem kostenlos bereitgestellt werden. Hier also mein Dankeschön an Bohemian Deactive, die das Ganze bereitstellen. Und ich würde sagen, kommen wir jetzt aber auch zu der Schattenseite. Denn wir Arma-Spieler spielen ja nicht nur Vanilla, sondern spielen das Ganze natürlich etwas umfangreicher, beziehungsweise mit Mods. So ist es jetzt zum unter anderem so, dass wir einiges an Fehlermeldung bekommen haben, beziehungsweise nicht wir. Sondern wenn wir jetzt aktuell gucken, geht quasi fast stündlich immer wieder Fehlermeldungen ein. Hier können wir eigentlich ganz gut sehen. 1603, 1546, 1525, 1436. Und wir sehen, es werden fleißig Fehlermeldungen geschrieben. Dabei gibt es viele Probleme, die momentan eine Rolle spielen. Vor allem durch Mods, die jetzt viel mit Westen zu tun haben oder darauf reagieren, auf Schussverhalten, haben jetzt natürlich mit dem Update Probleme. Dabei macht viel weniger die Sounds Probleme, sondern eher die Modelle wie Ace hat zum Beispiel Probleme. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Wir sprechen einfach gleich nochmal über so eine kleine Liste, die momentan Probleme macht, die wir nutzen, wo wir Probleme haben. Natürlich sind das längst nicht alle und das müsst ihr auch verstehen, das kann ich natürlich alles nicht testen. Aber zumindest die bekanntesten können wir durchgehen. So gibt es aber auch merkwürdige Fehlermeldungen, die ich vorher nicht probiert habe. Zum Beispiel meldet ein User, dass zum Beispiel die Mondphase 14 Tage unterschiedlich ist als das Relife. Und ich frage mich in diesem Moment, wer verdammt macht sich Gedanken darum, ob die Mondphase 14 Tage zum Relife verschoben ist. Aber auch das gibt es als Bug-Tracker. Wir haben also mehrere Probleme, die die ganze Sache hinzufügen. Außer gibt es ein Problem, was den Eden-Editor angeht. Dazu möchte ich euch die Lösung zeigen. Und zwar trägt sich bei der Mission immer ein Eintrag ein. Dazu kommen wir zu der Lösung jetzt. Da blicken wir jetzt rein und das ist der nächste Punkt. So gibt es Probleme bei der Mission.SQM, wenn wir im Editor einmal sind. Also müssen wir aufpassen. Bei der Mission.SQM tragen sich momentan zwei Einträge ein. Das könnte zum Datum des Releases auch schon behoben worden sein. Per Bug-Fixe sollt ihr aber diesen Eintrag bereits drin haben. Habt ihr hier unter dem ersten und Add-ons einen Punkt, der heißt 3D, also 3D, EN. Und dann haben wir noch etwas weiter runter scrollt. Einen weiteren Eintrag, der so ähnlich heißt bei Auto-Detect-Ad-ons. Das speichern wir bzw. löschen wir alles einfach mal. Und danach speichern wir die Mission neu. Und dann können wir sie auch schon im Editor laden. Das ist ein bekannter Fehler, der momentan aufgetreten ist. Aber auch da gibt es sicher schon bereits eine Lösung, wenn das Video rausgekommen ist. Es kam ja nun mal zwei Tage nach dem Update und geht es weiter. So gibt es natürlich auch noch viel mehr Probleme, die aufgedreht sind. Die kann ich jetzt hier auch nicht alle erwenden. Aber vor allen Dingen gibt es auch Probleme bei Ace, dass einiges nicht mehr richtig funktioniert. RHS hat Probleme mit dem Update. MCC Sandbox muss neu geupdatet werden. Allerdings haben viele Mod-Entwickler sich bereits wieder eingeschleicht und haben bereits wieder weitergearbeitet und auch schon das Bugfix aufgespielt. Und ich denke in den nächsten drei bis vier Tagen sollte sich dann auch hoffentlich zumindest von den großen Mods der Rest gelöst haben. Auf jeden Fall ist es nun mal so, dass momentan einiges schief läuft. Es war ein riesiges Update, in der Hinsicht natürlich läuft da auch einiges zu Bruch. Also habt ihr MCC Sandbox, RHS, habt ihr Ace, dann müsst ihr auf jeden Fall mit Fehlermeldungen rechnen. Außerdem müsst ihr damit rechnen, dass auch zum Beispiel B-Combit nicht mehr funktioniert. Momentan so gar nicht mehr. Also momentan geht es einfach nicht mehr. Und rechnet einfach damit, dass eure RPT bei dem Server volllaufen wird. Viele Fehler fallen nicht mal auf, sondern werden jetzt einfach nach dem Update geworfen, quasi in die RPT-File vom Server geschmissen. Also auch da passt auf, beziehungsweise eure Server-Experten haben das sicherlich schon bemerkt. Ich hoffe, dass da auch in den nächsten Tagen mehrere Neuigkeiten kommen. Bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt, beziehungsweise wie lange sich das ganze Verfahren ziehen wird. Aber auf jeden Fall sind die größten Mod-Entwickler dran. Die Bundeswehr-Mod, da konnte ich jetzt persönlich keine Fehler feststellen. Natürlich auch, vermute ich dort, dass es Probleme bei der Weste gibt. Das heißt, dass die Westen noch Probleme haben werden, das liegt einfach daran, weil das Update auch einen großen Teil auf die Westen, also einen Fokus auf die Westen und das Schadensmodell gelegt hat. Also könnt ihr euch eigentlich im Klaren sein, alles, was mit Westen-Schaden zu tun hat und vielleicht auch indirekt mit Sound vielleicht sogar, funktioniert auch nicht mehr. Außerdem funktionieren auch im Editor die Ares-Module nicht mehr, beziehungsweise nur teilweise. Einige gehen noch und einige gehen nicht mehr. Also wenn ihr auch die Ares-Module habt, dann rechnet damit, dass dort auch einiges nicht funktionieren wird. Ich denke, da wird sich in einigen Tagen noch einiges ändern und einige Updates werden kommen und hoffen wir das auch, denn momentan ist es eigentlich ein einziges Bugfest, beziehungsweise ein Fest voller Fehlermeldungen. Natürlich gibt es auch einen Trailer von Bohemian Directive zu dem Video. Der Trailer befindet sich unten in der Beschreibung, der Link dazu. Auch dieser lohnt sich anzuschauen und gibt auf jeden Fall etwas Laune auf das Update. Auf jeden Fall bin ich ziemlich gespannt und freue mich riesig auf das Update, es zukünftig zu nutzen. Es ist auf jeden Fall vielversprechend und ich bin gespannt, wie sich das Ganze bei Arma noch entwickeln wird. Und als nächstes steht immerhin das Eden-Update auf dem Programm und darauf freue ich mich, wie ihr alle wisst, so ziemlich riesig. War das doch wieder eine kleine und kurze Arma-News. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Diesmal eine kleine Special-News, die sich rund um das Nexus-Update gehandelt hat. In der Kurzfassung, ich hätte da natürlich noch viel, viel mehr reden können und Fehler einzeln auflisten können, aber das wäre einfach too much gewesen. Auf jeden Fall bleibt es nur abzuwarten. Wir müssen ein paar Tage uns gedulden, bis wieder alles stabil läuft. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, vielleicht ein Abo, je nachdem. Und ich freue mich auf eure Aufmerksamkeit beim nächsten Video. Denkt immer daran, Leute, ihr seid die Besten, keine anderen. Euer Martin. Tschüss.